Der Ritzkalten Berlin am Potsdamer Platz 3 im Berliner Ortsteiltiergarten gehört zu den neuesten und luxuriösesten Hotels der Stadt. Am 19. April 2002 wurde der Grundstein gelegt für das im Stil des Art Deco gehaltene Grand Hotel auf dem Gebiet des ehemaligen Lenne Dreiecks. Rund anderthalb Jahre später öffnete das Haus am 11. Januar 2004 mit 303 Zimmern, darunter 40 Suiten. Es ist nach dem Ritzkalten Wolfsburg das zweite Hotel der Hotelkette Ritzkalten in Deutschland. Das Hotel wird seit Mai 2009 durch den Österreicher Robert Petrovic als Generalmanager geleitet. Das Hochhaus hat 19 Stockwerke und ist 70 Meter hoch. Der Hotelkomplex Die Architekten Heinz Hilmer und Christoph Sattler sehen das Luxushotel, das ein Teil des neu geschaffenen Beisheim Centers ist. Als eine zeitgemäße Interpretation der europäischen Stadt mit Häuserblocks, Straßen und Plätzen. Die Architektur ist eine Hommage an die Goldenen Zwanziger in den Vereinigten Staaten, als Häuser im Stil des Art Deco ihre Blütezeit hatten. Das Haus am Potsdamer Platz beinhaltet unter anderem die französische Brasserie des Bronzes, den Curtain Club sowie einen großen Ballsaal, der für bis zu 850 Personen Platz bietet. Das Hotel wurde in einer Entfernung von rund 20 Metern zur ehemaligen Berliner Mauer errichtet. An einem der wichtigsten Orte der jüngeren Berliner Geschichte, nahe dem Regierungsviertel, dem Brandenburger Tor und der Berliner Philharmonie. Oberhalb des Hotelkomplexes befindet sich die Tower Apartments. Für die Bewohner und Mieter des gesamten Beisheim Centers stehen die Infrastrukturen des Ritzkalten zur Verfügung. Errichtet wurde dieser Abschnitt des Centers durch das Architekturbüro Hilmer & M. Sattler & Albrecht aus Berlin und das Innenarchitekturbüro Hotel Interior Design von Peter Silling aus Köln gestaltet. Der Baustil soll an die Bürogebäude und ersten Wolkenkratzer der Chicagoer Schule erinnern. Das angrenzende Bürohochhaus lehnt sich formal an das First Lighter Building in Chicago von William Le Baron Jeney aus dem Jahr 1879 an. Ein wichtiges und gewünschtes Motiv der Architekten ist der Farbunterschied zwischen den Pfeilern und Brüstungen und den grauen Kapitellen aus. Beton fertig teilen Brasserie des Bronzes Die französische Brasserie aus dem Jahr 1875 wurde Anfang 2003 in der kleinen Stadt Meyken im Südbürgen abgebaut und restauriert, um anschließend im Hotel wieder eröffnet zu werden. Das Original-Mobiljahr wurde vervollständigt, darunter Stühle und Spiegel, Steinfliesen mit Floralem-Dekors, handbemalte Wandpaneele und dunkler Parkettboden schaffen ein stimmungsvolles Ambiente. The Curtain Club Die Bar The Curtain Club ist mit 60 Sitzplätzen ein Treffpunkt für Gesprächsrunden. Kreiert wurde sie im Stil eines britischen Gentleman Club. Allerbendlich um Punkt 18 Uhr öffnen sich die Vorhänge, angekündigt und zelebriert durch einen leifrierten Bifita, dies die ursprüngliche Bezeichnung für die Wächter am Londoner Tower. Wellness-Bereich Die Innengestaltung des Wellness-Bereiches erfolgte mit kunstvollem Marmor in Asien, Buntglas und Goldmosaiken und einer handbemalten Decke in einer Trompe-L-Ö-Technik mit integrierten Kristallen.